Herzlich willkommen hier im Paradies, kann man sagen, in der Biosphäre Potsdam, großartig, der Garten Eden in klein. Herzlich willkommen zu Nur im Glück. Heute erfahren Sie hier im Ersten, wie werde ich glücklich und wie erhalte ich mir diesen Zustand? Und die Antwort lautet, sie ist ganz einfach, Alkohol. Ist allerdings eher eine kurzfristige Hilfe, muss man sagen. Danach wird einem erstmal schlecht, dann braucht man irgendwann eine neue Leber und dann hat man doch wieder schlechte Laune. Das kriegen Sie mit Saufen gar nicht mehr weg, wenn Sie so viel schlechte Laune haben. Deswegen wollen wir heute etwas tiefer eintauchen. Das Thema der Glücklichsein ist möglich. Ein positives Leben beginnt im eigenen Kopf hier oben. Da findet das Leben statt, da oben drin. Da wird das alles verarbeitet, was von außen reinkommt. Da trägt man als Besitzer des Kopfes, in dem das alles verarbeitet wird, durchaus eine Mitschuld am Verlauf des Lebens. Dieses Programm ist deshalb inspiriert von positiven Denkern, wie zum Beispiel Micky Krause. Den kennen Sie, der das bekannte Lied gesungen hat. Zehn nackte Friseusen. Unterschätzte Lyrik, wie ich meine. Der Dart heißt es, es gibt 50.000 Weiber, die haben einwandfreie Leiber, doch ich sag no, na, 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 no. Ich will zehn nackte Friseusen. Das ist die neue Bescheidenheit in diesem Land. Das ist wunderbar. Das ist, ja, ich finde auch, das ist... Zehn nackte Friseusen. Der Islam verspricht seinen Märtyrern im Paradies 72 Jungfrauen. Das sind 620 Prozent mehr. Und da fragt man sich, was soll der Überfluss, ne? Das ist ja... Gut. Man muss natürlich der Fairness halber auch sagen, im Paradies, ne? Man ist ja ewig da. Wenn man mal tot ist, dann bleibt man eher da, ne? Und da sagt man sich wahrscheinlich auch, nach den ersten 100.000 Jahren, wenn man quasi 72 Jungfrauen mal vor sich sieht, ne? Die schon wieder, ne? Ja. Während das katholische Paradies ja im Grunde auch nur ein großer Schrebergarten war, mit strenger Hausordnung und so weiter, da langweilt man sich schon nach einer Woche zu Tode, ne? Was lernen wir daraus? Glück ist kein Dauerzustand. Aber Grundzufriedenheit, das sollte hinzukriegen sein, es ist nicht leicht, natürlich. Deswegen klagt ja zum Beispiel auch die große Philosophin Andrea Berg, ne? Wie er sagt, ich bin mit dir so hoch geflogen, doch der Himmel war besetzt, ne? Wie das Klo im Regionalexpress, ne? Da bleibt er mir auch oft. Ja. Da bleibt einem auch oft die Erlösung versagt, ne? Aber der Traum des Glücks, den sollten wir nicht aufgeben. Wie der große Visionär Semino Rossi, der uns seine große Zukunft vorverzeiht, wenn er singt. Und noch in 100 Jahren halte ich dich fest in meinen Armen. Die sind dann wahrscheinlich auch schon ein bisschen steif und kalt, aber egal, mit ein paar Geigen drunter klingt das doch alles recht positiv, ne? Wobei ich den Abend hier vielleicht etwas diffiziler gestalten möchte, also auch für nicht Hirntote geeignet, aber grundsätzlich finde ich diese Idee gut. Und das Glück zu suchen, ja, im Sinne von Willi Milowitsch, der auch erst das existenzialistische Geworfensein in die Welt beklagte, im Sinne von Martin Heidegger, eigentlich wir sind alle kleine Sünderlein, es war immer so, es war immer so, ne? Dann stellte er dem gegenüber den Gedanken der Erlösung. Schnaps, das war sein letztes Wort. Dann trugen ihn die England fort. Im Grunde geht es immer um den Einzug ins Paradies, was bei uns im christlichen Abendland ja auch erheblich einfacher zu erreichen ist, als beispielsweise im radikalen Islam, da springen sich die Leute in die Luft, um dahin zu kommen. Wir pflegen den sakralen Ritus des Saufens, das ist ja auch viel schöner, ne? Und das ist auch, glaube ich, der Grund dafür, dass in praktisch jedem gewaltsamen Konflikt auf dieser Welt Islamisten beteiligt sind. Zu wenig Alkohol. Denn wenn man trinkt, sagt man auch schon mal, ah, spreng du dich schon mal in die Luft, ich hab noch was im Glas, ne? Ja. Überall sind Irre, ja? Nehmen Sie einfach mal einen Straßenverkehr, ne? Anstatt gelassen zu sein und glücklich und sich an die Regeln zu halten, ne? Und sich zu freuen, dass diese benzinbetriebene Sänfte einen komfortabel durch die Landschaft trägt, ne? Stattdessen regt man sich auf die ganze Zeit, macht mir vor mir einen kleinen Fehler, ich bin auch schlimm, muss ich sagen, an der Stelle. Wenn vor mir einer einen kleinen Fehler macht, dann brille ich doch, ah, Führerschein abgeben, Rübe runter, in siedendem Öl kochen, ne? Wobei ich natürlich weiß, so geht's nicht. Ich hab ja auch meist gar kein siedendes Öl dabei. Obwohl ich mir schon mal überlegt habe, ob ich mir nicht mal so eine Reisefritteuse zulege, ne? Das ist aber, wir müssen wieder lernen, ja, da ist noch einer, der sich nicht halten kann, im Auto. Aber das ist genau das, was wir wieder lernen müssen, uns zu entspannen, ne? Was hätten die Menschen früher dafür gegeben, so reisen zu können, wie wir heute? Das wäre durchaus ein Grund, glücklich zu sein. Aber das Problem ist, sobald man etwas hat, ist es ja auch schon wieder Gewohnheit, dann ist es selbstverständlich. Und am Ende regen wir uns auf, wenn etwas nicht klappte, ne? Anstatt fasziniert zu sein, ich versuche immer wieder, mein Auto als Wunder zu begreifen, ne? Mein Auto hat zum Beispiel eine Distronic, das fasziniert mich immer wieder, kennen Sie das, Distronic? Das ist so, also, da gibt man eine Geschwindigkeit ein und die hält der Wagen dann, so auf der Autobahn, 230, wuff, ne? Und dann, wenn da vor Ihnen einer kommt, ne, das merkt der Wagen und dann bremst der, das ist kein Schatz, ne? Der bremst, zeigt auch den Abstand an, 150 Meter, 140 Meter, 130 Meter und bremst, ne? Gut, wenn jetzt direkt vor Ihnen einer ausschert, ne, dann zeigt er halt an, drei Meter, ein Meter, minus ein Meter, ne? Dann kommt so, ja, ne, so neben dem Tacho kommt dann so ein dreieckiges Zeichen mit dem Schraubenschlüssel drin, ne? Und das ist das Tolle, ja? Nicht einen Moment lang denken Sie, oh Gott, ich bin ihm reingefahren, ne? Sie denken bloß, geil, er hat's genau angezeigt. Das ist faszinierend. Ja, das ist schön. Aber wir genießen das alles irgendwie gar nicht so richtig, ne, obwohl es so faszinierend ist. Gerade wir Deutsche sind da ganz schlimm, glaube ich, auch, weil wir uns immer Sorgen machen, ne, weil wir die Welt ja so schlecht finden, ne? Aber ich sage Ihnen eins, früher war die Welt viel schlechter als heute, ne? Früher, da ging's den Menschen, selbst in Hochkulturen ging's den Menschen schlecht, da im alten Ägypten zum Beispiel. Das war ja wirklich ne Hochkultur. Aber wenn Sie da als Sklave Pyramiden bauen mussten, das war mal richtig scheiße, ne? Da haben die da geschuftet. 150.000 Menschen, 35 Jahre lang, haben die an einer Pyramide da, ne? Na gut, jetzt sagen Sie, na und, bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange alleine an der Baugenehmigung. Aber, nein, nein, bitte, das stimmt doch gar nicht, ne? Es gibt natürlich Vorschriften und das ist ja auch gut so. Versuchen Sie bei uns ne Baugenehmigung für ein Haus zu bekommen mit schrägen Wänden ohne Fenster, ne? Kriegen Sie gar nicht. Und das ist Zivilisation. Bei uns hätten die Pyramiden auf jeder dritten Stufe einen Feuerlöscher. Und das ist gut so. Bei uns ist alles in Ordnung. Auf der Autobahn, wenn da eine kleine Unebenheit ist, so ein Hugel, nicht? Da werden zwei Kilometer vorher, werden Schilder aufgestellt, dann wird runtergebremst. Auf 60 Blinklichter, Barken, die Spur abtrennen, ne? Gut, man hätte auch den Hugel wegmachen können, aber das ist ja gar nicht der Sinn der Sache. Nein. Der Sinn der Sache ist, der Staat will uns zeigen, dass er sich um uns kümmert. Das ist schön. Er will uns sagen, wir sorgen uns um dich. Das ist woanders anders. Gucken Sie sich an, was ist denn aus unseren großartigen Pyramidenbauern geworden da in Ägypten? In Kairo wohnen heute, das ist jetzt wirklich wahr, was ich Ihnen sage, in Kairo wohnen auf dem städtischen Friedhof 300.000 Menschen. Die sind an die Grabhäuschen eingezogen, weil sie sich richtiges Wohnen nicht leisten können. Da wohnt praktisch einmal ganz Bielefeld auf dem Friedhof. Ja. Da lacht er. Es war kein Friedhof, das war Bielefeld. Nein. Nein. Wirklich. Ich will doch nur sagen, wir könnten eigentlich glücklich sein, dass wir hier leben und heute, dass wir überhaupt Menschen sind. Da können wir uns als etwas Besseres fühlen als sagen wir mal ein Schwein oder so. So weit sind wir genetisch nicht davon entfernt. Wussten Sie, dass der Mensch gar nicht vom Affen abstammt, sondern dass Mensch und Affe gemeinsame Vorfahren haben. So eine Art Hängebauchschwein. Nein, das ist wirklich wahr. Ich kann seitdem ich das weiß, kann ich keine Metzgerei mehr betreten, ohne zu denken, dass das ein reiner evolutionärer Glücksfall ist, dass ich auf der Seite der Theke stehe. Das ist ja auch ein Grundbedürfnis des Menschen, was Besseres zu sein. Das macht glücklich. Der Mensch kann knietief in der Scheiße stecken. Das ist dem völlig wurscht, wenn es dem anderen bis zum Hals steht. Das ist ein ganz normales Primatenverhalten. Ja, das kennen Sie alle. Das haben übrigens alle Primaten, das kennt man aus dem Tierversuch, mit Kapuzineräffchen zum Beispiel. So ein Kapuzineräffchen reißt sich den Hintern auf für ein Stückchen Gurke. Das wird ja so klasse Gurke. Aber wenn der plötzlich sieht, dass ein anderes Äffchen neben ihm Trauben bekommt, Trauben sind besser bei Kapuzineräffchen. Dann ist dem die Gurke plötzlich scheißegal. Und dabei geht es natürlich nicht um die Gurke. Es geht um den anderen. Das ist wie bei uns. Das geht von der Gurke über die Traube und das Louis Vuitton-Täschchen zum Ferrari. Da stehen die Leute am Straßenrand. Ferrari, ich will keine Gurke mehr fahren. So sieht es aus. Das ist kein Neid. Das ist das Kapuzineräffchen in uns. Statt sich zu fragen, warum der Ferrari fährt. Vielleicht weil er beim Ferrari fahren mal ein paar Minuten nicht an seine Erektionsstörungen denken muss. Hat nicht auch dieser Applaus schon so ein bisschen was Kapuzineräffchen-mäßiges? Der Ferrari-Fahrer, Erektionsstörungen. Anstatt, dass es uns egal ist, was der fährt. Soll er doch Ferrari fahren, ist das sein Problem. Er kriegt den ganz Potsdam keinen Parkplatz. Wenn er keine einzige Parkhausabfahrt runterkommt, ohne über den Boden zu schlafen. Aber so ist der Mensch. Er will hoch hinaus und dann schleift er über den Boden. Das ist das Leben. Es hat halt wenig Erhabenes. Früher hat man ja geglaubt, der Mensch sei ein erhabenes Wesen, ein Ebenbild Gottes. Aber gucken Sie sich den Menschen doch mal an. Allein die Verdauung. Das ist ja nur ein Beispiel. Aber ich glaube nicht, dass Gott Verdauung hat. Gut. Wenn er allmächtig ist, kann er alles. Also auch Verdauung. Vielleicht ist das Universum ja gar nicht in einem erhabenen Schöpfungsakt entstanden. Sondern mehr so ... Es gäbe den Begriff Urknall eine ganz andere Bedeutung. Also ähm ... Unser Begriff des Erhabenen. Der ist so gar nicht mit Verdauung vereinbar. Oder? Ich meine, komm, wir sind doch alle schon mal in den Klo reingestürmt, wo schon einer saß. Ich meine, schon so rein. Peinlich berührt, weil da sitzt schon einer und guckt, als wäre eben gerade der Blitze die Schüsse geschlagen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von Ihnen in dieser Situation gedacht hat, oh, ein Ebenbild Gottes. Erhabenheit ist in der Natur nicht vorgesehen. Also Erhabenheit über die Natur ist nicht vorgesehen. Innerhalb der Natur ist der Mensch natürlich schon was Erhabenes. Zum Beispiel die Gabe der Sprache. Das hebt uns schon aus der Tierwelt heraus. Gut, da wird jetzt möglicherweise ein Zugvögel ... Zugvögel werden anders argumentieren. Die werden sagen, na und? Dafür kann sich der Mensch beim Fliegen nicht am Magnetfeld der Erde orientieren. Wie zum Beispiel wir es tun, die großartigen Zugvögel. Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, da antworte ich als Mensch ... Dafür orientiert sich der Mensch beim Fliegen an der Schwerkraft. Das ist doch auch schon was. Wir könnten als Menschen eigentlich selbstbewusst sein und glücklich sein über das, was wir erreicht haben im Rahmen der Evolution. Aber das ist evolutionär nicht angelegt in uns. Angelegt in uns ist die Sorge, die ständige Sorge. Das hat uns beim Überleben geholfen, dass wir nie zufrieden sind, sondern immer wachsam. Immer ... Diese Lebensunfähigkeit, diese Unfähigkeit zum Glück, geben wir von Generation zu Generation weiter. Das geht schon im Kindergarten los, wo die Kinder ja eigentlich lernen sollten, glücklich durchs Leben zu gehen, ihre Bedürfnisse zu entdecken, mit Freude nicht, Fähigkeiten zu entwickeln und so weiter. Da sagen wir den Kindern im Kindergarten, was sagen wir denen? Nicht sei glücklich, sei froh, sondern wir sagen denen, mein Kind, du hast dein Leben vor dir. Die Welt steht dir offen und ich sage dir, sie ist im Arsch. Der Meeresspiegel steigt, du wirst entsaufen. Die Sonne wird dir das Hirn verdorren, die Städte werden verwüsten. Du hast Schulden, bist im Arsch, du wirst am Krebs verrecken und am Ende dement dahinsichend. Jetzt isst dein gesundes Frühstück und hab Spaß. Was ist ... Das ist moderne Vorschulpädagogik. Da malen die Kinder im Kindergarten malen die tote Wälder und rauchende Schlote, die sie noch nie gesehen haben. Aber egal. Wenn sie heute einen Fünfjährigen fragen, wie ist die Welt? Dann sagt er, die Welt ist kaputt. Die Erwachsenen haben die Welt kaputt gemacht. So Quatsch. Vor 40 Jahren, da war die Welt kaputt. Da war die Hälfte der Weltbevölkerung arm. Heute noch jeder Zehnte. Die Armut ging global gesehen noch nie so schnell zurück wie heute. Das ist nicht meine Idee. Da können sie die UN fragen, die Weltbank, alle. Bloß bei uns alle. Natürlich ist alles nicht perfekt auf dieser Welt. Das weiß ich doch auch. Ich bin doch nicht blöd. Aber wir übertragen unser Selbstmitleid schon im Vorschulalter auf die nächste Generation. Herzlichen Glückwunsch. Da kann man nur hoffen, dass die irgendwann wieder gesunden. Das ist nicht hoffnungslos. Ich hab's ja auch geschafft. Als ich jung war, sang man auch keine fröhlichen Lieder. Da sang man, mein Freund, der Baum ist tot. Das war ein Nummer eins Hit damals. Mein Freund, der Baum ist tot. Er starb im frühen Morgengrut. Wenn Sie mich fragen, war das Waldsterben von Anfang an ein Missverständnis. Man denkt, der Wald ist tot, aber der bewegt sich von Natur aus wenig. Der steht da, der hat die Ruhe weg. Von dem Wald können wir sehr viel lernen. Heute haben wir so viel Wald wie noch nie weltweit. Wirklich. Die Wüsten gehen zurück. Weltweit übrigens wegen CO2. Das ist kein Scherz. Das ist Dünger für die Pflanzen. Die Natur erholt sich auch in vielen. Bei uns sowieso. Bei uns ist die Natur ja sowas von erholt. Wir haben sogar wieder Biber. Hier in Brandenburg gibt's Biber. Die werden teilweise zum Abschuss wieder freigegeben, weil die ja teilweise die Landschaft verwüsten. Wir haben bei uns wieder Lachse im Rhein. Wölfe gibt es wieder. Und dann fragen sie die Umweltschützer, wie finden die das? Da sagen die, aber Löwen. Wir haben keine Löwen mehr. Wie soll ich denn jemanden motivieren, für eine bessere Welt zu kämpfen, wenn man am Ende nie zufrieden sein darf? Selbst Wildkatzen breiten sich wieder aus bei uns. Der Luchs ist wieder da. Das finden Naturschützer wahrscheinlich begrüßenswert. Ich versteh's gar nicht, weil ein einziger Luchs verbraucht im Jahr mehr Tiere als ein Geländewagen. Ja, aber da sind die Umweltschützer tolerant. Die glauben wahrscheinlich, sie könnten die Luchse zu Vegetariern umerziehen. Die legen wahrscheinlich schon im Wald die Dinkelbratlinge aus. Weil wir bekloppt sind, weil wir sie nicht mehr alle haben, weil wir nicht gebaut sind für das Glück. Wir haben eine Gesundheitsversorgung, wie niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und alle sind am Jammern, ne? Diese Apparatemedizin, das ist alles so schlimm, ne? Diese Apparatemedizin, diese Schläuche und so, ne? Hätten die Menschen in Afrika gerne mal Schläuche. Wenn die da was Schlimmes haben, da kommt der Schamane und streicht ihnen mit dem Wieselfell über den Rücken, ne? Die wären für einen schönen Schlauch mal dankbar, ne? Na klar, bei Männern. Ist natürlich auch immer die Mentalitätssache, ne? Bei Oberschenkelhalsbruch, Leberversagen, Hirnblutung, ne? Man kann es auch erst mal mit Bachblüten versuchen, natürlich. Na ja, Gesundheit ist natürlich sowieso das Wichtigste, wenn es ums Glück geht. Aber wenn wir gesund sind, nehmen wir es als selbstverständlich hin. Der Mensch ist eben auf Zufriedenheit nicht angelegt. Das ist das Problem. Das Ziel der Evolution war nicht Glück, sondern Überleben. Und insofern können wir hier im Saal zufrieden sein. Denn das haben wir geschafft bisher. Zumindest, na. Nein, das muss ich nicht. Bitte. Zumindest soweit ich das sehen kann. Man weiß es ja oft nicht. Man bemerkt es ja oft gar nicht. Ich kenne Leute, die sind seit 30 Jahren hirntot und gehen ganz normal zur Arbeit. Das steckt mir ja nicht drin. Natürlich gibt einem das Leben auch nicht immer Grund zum Lachen. Das ist doch klar. Das weiß ich doch. Wenn im Schlafzimmer die Heizung knackt, das nervt nicht. Oder wenn der Lebenspartner erschossen wurde, sehr unangenehm. Vor allem, wenn er nur noch ihre Finger abdrücke. Auf der, ne. Sehr unangenehm. Trotzdem, man sollte sich sein sonniges Gemüt bewahren. Auch wenn das Leben oft zum Verzweifeln ist. Sicher, wir werden alt, dann werden wir krank. Und dann sterben wir. Das ist alles nicht schön. Das Leben wird nicht besser, wenn man sich fürs Pinkeln erstmal einen Tag freinehmen muss. Oder wenn man sich die Lesebrille anziehen muss, um die Schrankwand zu finden. Das ist alles. Aber auch wenn wir alt sind. Wir sollten uns immer etwas Kindliches bewahren. Das finde ich ganz wichtig. Das habe ich aus dieser alternativen Zeit damals mitgenommen. Dass wir sein sollten wie die Kinder. Die sind easy. Am Spielplatz. Im Sandkasten. Das ist so schön, wie die zusammen spielen. Die kennen sich gar nicht. Aber trotzdem, die sind offen einfach. Und wenn da einer die Schippe wegnimmt. Da wird nicht verbissen diskutiert. Da gibt's auf die Fresse. Und der Stärkere kriegt die Schippe. So einfach kann das Leben sein. Kinder denken nicht nach über die Unvollkommenheit der Welt. Aber sie ist natürlich unvollkommen. Und wenn wir glücklich sein wollen, dann müssen wir uns damit abfinden. Vielleicht hat es ja der liebe Gott sogar so gewollt. Vielleicht hat er ja Spaß daran, dass hier nichts so klappt, wie es eigentlich sein müsste. Die Idee ist mir neulich gekommen, als mir wieder der Sahnebecher in der Einkaufstüte ausgelaufen ist. Da habe ich mich auch gefragt, wo war Gott, als das passierte? Gut, vielleicht ist er auch gar nicht verantwortlich. Vielleicht gibt es ja gar keinen Anfang und keinen Schöpfer und kein Ende. Vielleicht ist ja auch alles einfach ein ewiger Kreislauf. Die Idee ist mir beim Formel-1-Rennen gekommen. Vielleicht dreht sich alles im Kreis, wie der Vettel. Da wir rasen durch das Universum ohne Sinn und Verstand und ohne Ende. Und wenn man meint, man hat das Ziel erreicht, dann merkt man plötzlich, das will genau da, wo man losgefahren ist. Deswegen, ja, deswegen... Ich glaube, deswegen fahren da auch nur Männer mit. Wenn Frauen fahren, dann wollen die irgendwo hin. Meist im Schuhgeschäft, aber egal. Wenn Männer das Auto starten, dann geht es erst mal um die Kraftentfaltung des Motors, das Röhren, das keinem Zweck folgt, außer der Freude am Lärm. Das ist der Moment, wo sich der Gorilla im Mann mit den Fäusten auf die eigene Brust trommelt, um der ganzen Welt zu zeigen, uch, uch, uch. Mehr nicht. Und mehr ist er auch nicht. Und da fahren sie eben doof rum. Das ist die wunderbare Allegorie auf das Leben. Deswegen sagte ja der große Existenzialist Albert Camus, man müsste sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Sisyphus war ja eine griechische Sage. Die Ältere kennen das vielleicht noch. Von den Göttern dazu verurteilt, immer wieder einen Stein auf einen Berg raufzurollen. Kurz bevor der Stein oben war, rollte der Stein wieder runter. Die immer gleiche Tätigkeit, völlig sinnlos. Das sei Glück. Das sei unsere Existenz. Und ich muss Ihnen sagen, ich kenn das von zu Hause. Mein Vater war Beamter. Und Beamter sein ist ja im Grunde, wie Sisyphus, nur ohne Stein. Hallo Papa. Als Beamter ist das Glück im Grunde ganz nah. Man ist sicher, man hat keine Existenzangst. Ich glaube, meinem Vater ist erst nach der Pensionierung klar geworden, dass er möglicherweise trotzdem sterblich sein könnte. Das ist die natürliche Grenze des Glücks. Die Endlichkeit. Der Tod ist ernüchtert. Ich weiß noch, als mein großes Idol gestorben ist. Es war ein schlimmer Tag für mich. Der große Star damals aus Kill Bill und so. Den kennen Sie auch, David Carradine. Das hat mich damals wirklich erschüttert. Mein Idol war das. Und den haben sie gefunden, nackt. Haben sie ihn gefunden mit einem Strick um den Hals. Tot im Hotelzimmerschrank. Übrigens kein Selbstmord. Mein Unfall. Kann passieren. Ja, was willst du machen? Wie oft hab ich schon nackt mit dem Strick um den Hals im Schrank gestanden und gedacht, hoffentlich passiert jetzt kein Unfall. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Weg, 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 der Mann. Und irgendwann hat man unweigerlich das Gefühl, alles geht den Bach unter. Wenn ich die Zeitung lese, denke ich manchmal, ich lebe ausschließlich unter Zeugen Jehovas. Überall lese ich im Grunde nur, das Ende ist nah, das Ende ist nah, das Ende ist nah. Und am Ende steht man mit einem Strick um den Hals im Schlafzimmerschrank und denkt, hoffentlich passiert nichts. Das ist die humane Gesellschaft, in der wir heute leben. Eigentlich ist es ja ein Glücksfall. Im Grunde entsteht das halt nur aus der Berichterstattung, dieser Eindrucks geht alles den Bach runter. Im Grunde leben wir in einer unglaublich guten Gesellschaft. Zivilisiertheit war ja historisch gesehen immer eher die Ausnahme. Und wir leben ja in einer zivilisierten Welt. Wie viele Mütterchen werden bei uns im Parkhaus nicht überfallen. Das ist doch das eigentlich Erstaunliche. Obwohl es so einfach wäre. Ja, bitte, bei uns gilt nicht das Recht des Stärkeren. Woanders ist es normal. In Rio wird man erschossen. Da gewöhnt man sich wahrscheinlich dran. Da ist eine andere Fluktuation da. Oder in Bogota oder Johannesburg. Da schießen sie sich regelmäßig aus dem Auto raus. Die fahren mit dem Auto weiter dann. Bei uns sind Straßenräuber selten. Und wenn, dann sind sie harmlos. Lassen einen ins Röhrchen blasen. Komm, das geht doch alles. Aber wir sind halt nie zufrieden. Wenn wir arm sind, wollen wir reich sein. Und die Reichen sagen, so ein Vermögen ist aber auch eine Belastung. Stimmt ja auch. Wenn man acht Autos hat, aber nur sechs Garagen. Das sind auch Sorgen. Oder noch schlimmer. Sechs Autos, acht Garagen. Das ist mal richtig scheiße. Ganz im Ernst. Es gibt zwei Wissenschaftler. Der eine ist Nobelpreisträger sogar. Krüger und Kernemann heißen die. Und die haben untersucht, ob Geld wirklich glücklich macht. Und die haben was ganz Interessantes rausgefunden. Die haben rausgefunden, reiche Menschen glauben selbst, dass sie glücklicher sind. Aber sie sind es nicht. Wenn man nämlich im Detail nachfragt, sind die sogar weit unzufriedener. Haben keine Zeit, über Stress und so. Bei uns haben es eben alle schwer. Wie schrieb Brecht damals so schön. Die einen stehen im Dunkeln und die anderen stehen im Licht. Aber das stimmt nicht in Deutschland. In Deutschland stehen immer alle im Dunkeln. Nein. Aber man muss im Dunkeln gar nicht unglücklich sein. Das ist eben die Mentalitätssache. Der Oktopus zum Beispiel. An dem können wir uns ein Beispiel nehmen. Der Oktopus lebt tief im Dunkeln. So ab 30 Meter Wassertiefe sieht man ja auch nichts mehr. Sonst würden sich auch so hässliche Tiere gar nicht fortpflanzen können. Na ja, bitte. Dann würden die ja aufeinandertreffen. Dann würden die sagen, boah, du siehst aber scheiße aus. So verqueren sie mich da. So leben die da unten. Und hab Spaß. Weil die haben ja außer Fortpflanzung auch gar nichts zu tun. Und ein Oktopus hat ja acht Arme. Das muss gut sein. Aber der Mensch ist eben anders. Er hat Angst vor der Dunkelheit. Vor der Nacht. Nyctophobie nennt man das. Das ist ganz schlimm. Es gibt ja viele Phobien, die mit Dunkelheit zu tun haben. Die Achluphobie zum Beispiel, die Angst vor Dunkelheit schlechthin. Oder die Kyphophobie, die Angst sich zu bücken. Weil man ja auch nie weiß, wer hinter einem steht im Dunkeln. Ja, nachher steht da so ein Oktopus mit acht Armen und sagt, hallo, ich bin eine schöne Prinzessin. Dann aber nichts wie weg hier. Woher kommt diese Angst? Ich glaube, sie kommt aus der Information. Überall ist Information. Weil wir ja in einer Informationsgesellschaft leben. In einer Informationsgesellschaft ist Information immer auch Sensation. Es muss Panik sein, sonst guckt niemand hin. Deswegen steht ja überall, boah, Krise, Weltuntergang. Oder haben Sie mal eine Zeitung gesehen, wo vorne auf der Titelseite gestanden hätte, nix passiert. Ist ganz schwierig. Kauft auch keine Sau, die Zeitung. Und wenn da draufsteht, morgen 14.31 Uhr Weltuntergang, da greifen alle zu und sagen, was, morgen in der Mittagszeit, was ne Scheiße. Niemals bitte in einer Zeitung stehen, alles prima, auf der ganzen Welt eine gute Laune, selbst beim Taliban ist heute in der Diskodammenwahl. Das gibt's nicht. Kommt nicht vor. Kann es ja auch gar nicht geben da, natürlich, weil da geht ja der Mann voraus. In Afghanistan, Pakistan, so weiter. Und die Frau folgt. Nicht immer. Klar. In Afghanistan geht, nein, muss man auch mal sagen, hab ich jetzt. In Afghanistan geht oft auch die Frau voraus. Ne, um zu gucken, ob noch Landminen verbuddelt sind. Ja, die, ja. Die haben wirklich Sorgen da. Und wir haben die Angst. Ne, vor der Zukunft. Futurophobie, auch eine ganz beliebte Angst. Von Ängsten zerfressen sind wir. Es gibt so viele Ängste. Wahnsinn. Semiphobie gibt's zum Beispiel. Angst vor Maulwürfen. Das gibt's wirklich. Das können Sie alles nachlesen. Ichthiophobie, Angst vor Fischen oder eine ganz schlimme Angst. Ne, für mich eine der schlimmsten Ängste überhaupt. Ähm. Anathidai-Phobie. Die Angst, von einer Ente angestarrt zu werden. Gibt Schlimmeres. Zum Beispiel Arachibutyrophobie zum Beispiel. Die Angst, dass einem Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt. Ne, ist auch nicht schön. Darf man nicht verwechseln mit der Arachnophobie. Ist die Angst vor Spinnen. Die hat ja fast jeder. Wahrscheinlich gibt's noch die Arachnobutyrophobie. Die Angst, dass einem Spinnen am Gaumen kleben bleibt. Aber das weiß ich nicht. Das hab ich noch nicht gefunden. Aber überall Ängste. Und diese Ängste versuchen wir zu überwinden. Mit Ersatzbefriedigung. Das macht uns auch nicht glücklich. Konsum. Ne, gut, Konsum macht glücklich. Aber eben nur ganz kurz. Ich hab zum Beispiel, hab mir was gekauft. Da war ich so frustriert. Dann hab ich was gekauft. Das war eigentlich schön. Ich hab jetzt so ein elektrisches Krawatten-Rondell für einen Kleiderschrank. Passt in den 18 cm Schrankbreite. Bitte, da muss man nicht lachen. Das ist ein tolles Produkt. 18 cm Schrankbreite. 68 Krawatten passen da rein. Die sich auf Knopfdruck batteriebetrieben, im Kreis bewegen und von vorne beleuchtet werden. Damit ich auch sehe, welche Krawatten ich nehmen würde, wenn ich Krawatten hätte. Und sowas... Ich find sowas toll, aber immer nur ganz kurz. Bis ich darüber nachdenke und denke, was hast du Arsch da wieder gekauft. Ne? Ne? Aber es gibt... Viele Menschen kaufen Dinge, weil die da... Weil sie irgendwie... Weil ihnen das ein Glücksgefühl macht. Bei Chibo hab ich gesehen, gab's mal Handtaschen mit Innenbeleuchtung. Da kamen nur glückliche Frauen raus. Da wusste ich, den Chibo-Kunden geht es vielleicht auch beschissen, aber sie haben wenigstens Licht in der Tasche. Das ist die Richtung, in die wir denken müssen. Es gibt natürlich auch Leute, die wollen gar nichts. Das gibt's auch. Das ist natürlich sehr selten, nicht? Die Kunst, mit nichts zufrieden zu sein. Verzichten zu können. Ne? Das müssen wir vielleicht wieder lernen. So wie Diogenes zum Beispiel. Kennen Sie nicht? Der alte Philosoph, der in seiner Tonne wohnte. Und alle Angebote viel Geld zu verdienen, hat er abgelehnt. Weil er meinte, Arbeit hätte ja nur das Ziel, so viel Geld zu verdienen, dass man irgendwann nicht mehr arbeiten müsste. Und da wäre es ja viel effektiver, gleich aufs Arbeiten zu verzichten. Ist was dran. Vielleicht würden auch unsere Sozialleistungen erheblich besser ankommen, wenn sie nicht Hartz IV heißen würden, sondern Diogenes I. Dann... Dann... Dann gibt es auch Leute, die sind aus religiösen Gründen zufrieden. Die brauchen nichts, weil sie sagen, ob einer selig wird oder nicht, liegt ja im Grunde nur in Gottes Hand. Das ist schön. Wenn Gott für alles verantwortlich ist, das macht den Kopf frei. Dann kann man sagen, wenn Gott wollte, dass ich was tue, hätte er mich heute morgen aufstehen lassen. Das ist eine Haltung, die kenne ich noch aus meiner Studentenzeit. Da... Da war ich sehr religiös, ja, ja. Und Gott wusste, wie viel Schlaf ich brauche. Ja. Gottvertrauen ist vielleicht auch das, was uns oft zum Glück fehlt. Alte Menschen haben das noch. Deswegen fahren die auch noch Auto. Weil die Gottvertrauen haben. Die fahren teilweise sogar ohne Augen. Das ist Gottvertrauen. Ältere Verkehrsteilnehmer haben natürlich auch teilweise ein unglaubliches Gespür. Die hören, wenn die Ampel umspringt. Das ist Wahnsinn. Wobei ich sagen muss, meine Oma hört und sieht nichts. Die richtet sich beim Fahren nach dem Magnetfeld der Erde. Geht auch. Wie die Wale. Und gerade alte Menschen brauchen das Auto natürlich auch, weil es zu Fuß nicht mehr geht. Was willst du da machen? Das ist wie bei Betrunkenen. Viele müssen ja fahren, weil sie sich auf dem Bein gar nicht mehr halten können. Was willst du da tun? Natürlich ist das mit dem Gucken auch oft ein Problem. Da sagt man sich, die Strecke, die kann ich mit geschlossenen Augen fahren. Und viele tun das dann auch. Wundern sich dann, wenn der Scheibenwischer den Radfahrer nicht mehr wegkriegt. Schmiert aber auch. Fahnsinnig. Statistisch gesehen muss man sagen, bauen ältere Mitbürger die wenigsten Unfälle. Weil sie das drauf haben. Wer es schon mal mit dem Panzer bis nach Stalingrad geschafft hat. Der packt auch die A100 im Berufsverkehr. Ist doch klar. Ja. Das Problem an der Sache ist natürlich auch, dass viele Autos auf ältere Verkehrsstellennehmer einfach nicht eingerichtet sind. Das geht bei den Sitzen los. Gerade auch ältere Herren kommen ja oft gar nicht mehr raus aus dem offenen Carrera 911. Wenn die erst mal eins geworden sind mit dem Leder. Da sind die bei Mercedes weiter. Die neue S-Klasse gibt es jetzt auch mit Katheterhalterung. Seitenscheibe runter, Arm raus, die schlohweißen Haare, wehen im Wind. Aber der Fahrer hat schon in der zweiten Ecke vergessen, wo er eigentlich hin wollte. Das ist ja nicht gut, wenn man nur für 10 Euro tankt, wenn man denkt, voll lohnt sich für mich nicht mehr. Das ist nicht gut. Aber es ist die richtige Haltung. Dem Tod gelassen ins Auge zu schauen, das ist Glück. Natürlich ist die Welt nicht immer auf unserer Seite. Ich merke das immer, wenn ich mir zum Beispiel eine Badewanne einlasse. Draußen ist es kalt, es regnet und bei mir im Badezimmer, da dampft es schön. Das ist so, pff, ehrlich, noch ein bisschen Schaum. Aber sobald ich mit zwei Füßen und dem Hintern in der Wanne bin, zack, klingelt das Telefon. Ich weiß nicht, was das ist. Und natürlich habe ich vergessen, es mitzunehmen. Es liegt in der Küche, dem am weitesten entfernten Ort in der ganzen Bude. Ich muss raus aus der Wanne, Parkett versaut, Füße eiskalt, Erkältung, tot. Nee, so ist es doch. Es ist ein Naturgesetz. Und mit diesen Naturgesetzen müssen wir uns abfinden, wenn wir glücklich werden wollen. Naturgesetze, wie es regnet immer am Wochenende. Es ist halt so. Oder in die größte Scheiße tritt man immer mit dem tiefsten Profil. Das ist ein Naturgesetz. Es ist unveränderlich, das ist Gott gegeben, so wie die Erde kreist um die Sonne. Die Sonne kreist um das Zentrum unserer Galaxie, aber nach neun Kaipirinha kreist doch wieder alles um mich. Der Rausch macht uns zum Zentrum. Aber das Glück ist nie von Dauer. Und trotzdem können wir zufrieden sein, wenn wir im Kleinen das Große erkennen und im Großen das Lächerliche. Das ist doch die Aufgabe. Die Welt steht uns offen. Was für ein Glück. Heute können wir fremde Kulturen kennenlernen. Und dann fahren wir los. Weil das Leben eine Reise ist. Dann fahren wir mit dem großen Dampfer auf Kreuzfahrt. Suchen das Exotische. Und dann finden wir uns wieder nach dem Captain's Dinner. Auge in Auge mit einer 52-jährigen Sachbearbeiterin aus Salzgitter. Ihr Atem streift mich. Eine Mischung aus Tequila Sunrise und Tzatziki. Ich sage Ihnen, da geht Ihnen noch ein Gedanke durch den Kopf. Wenn das die Krone der Schöpfung ist, wie riecht dann der Rest? Wir suchen das Glück. Wir suchen das Glück und was kriegen wir? Happy Hour. Mehr war nicht drin. Als Wittgenstein sagte, der Tod ist nur das letzte Heilmittel gegen das Leben. Das muss auf der AIDA gewesen sein. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Es verspricht uns, das Glück ist möglich, aber meist kostet es eben 9,90 Euro die Minute und ist gerade nicht lieferbar. Wie sagte ein großer Philosoph? Wer meint etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden. Wer hat es gesagt? Richtig. Es war Oliver Kahn im FC Bayern Jahrbuch 97, 98. Und Recht hat er gehabt. Das Glück muss man sich immer wieder neu erarbeiten. Ich habe das heute Morgen gemerkt, da kam ich zu meinem Auto zurück, da stand da eine Politesse, schrieb mich auf und sagte, hier können Sie nicht stehen bleiben. Da sagte sie zu mir und ich dachte, ja, da hat sie recht. Es gibt keinen Stillstand. Und da habe ich zu ihr gesagt, bitte schreiben Sie mich auf. Sie haben völlig recht. Und die ist gar nicht verstanden, die guckte so. Ich bin dabei geblieben, ich habe zu ihr gesagt, bitte schreiben Sie mich auf. Vielleicht wäre ich ja auch Strafzettelschreiber geworden, wenn ich in der Schule versagt hätte. Das war wirklich sehr, sehr, sehr gemein. Aber so schön. In dem Moment ging es mir so gut, weil ich so positiv war. Wie oft jammert man rum. Hätte ich doch, hätte ich mal. Man muss es machen. Wie oft habe ich schon davon geträumt, ich hätte den Köter von meinem Nachbarn plattgemacht. Heute weiß ich, ich mach es einfach. Dann ist Ruhe. Mit dem Wagen drüber. Starkstromkabel an den Gartenzaun, dass er beim Pinkeln explodieren. Oder mit der Kettensäge. Nicht da. Gut, jetzt sagen Sie vielleicht, das darf man nicht. Hunde zersägen, das ist böse. Aber Gott hat nicht nur den Hund erschaffen. Sondern auch die Kettensäge, da hat er sich doch was bei gedacht. Ich weiß ja auch nicht, was sich Gott bei sowas denkt. Warum lässt Gott das zu? Warum ist das Böse in der Welt? Neulich ist mir Gott im Traum erschienen. Und da habe ich Gott gefragt. Gott, bist du gut oder bist du böse? Und Gott hat so geguckt. Mit diesem genervten Gesichtsausdruck, den er mal drauf hat, wenn er mit den Menschen sprechen muss. Weil er ja weiß, dass er da einen riesigen Fehler gemacht hat. Und dann hat er meinen Kopf ins Fegefeuer gehalten, wieder rausgeholt. Und ich sah aus wie meine Friseurin nach einer Stunde in einer Ergo Line Prestige 1000 Turbo Bräunungsbooster. Und da hat Gott mich angeguckt, mich ausgelacht und gesagt, wer scheiße aussieht, soll keine blöden Fragen stellen. Und da wusste ich, dass Gott uns nicht geschaffen hat, damit wir dumme Fragen stellen. Wir sollten einfach glücklich vor uns hinstarren und die Fresse halten. Wie die Hunde im Grunde, da ein bisschen rumschnuppern. Hier mal ein Häufchen legen und uns dann freuen, wenn am Ende jemand reintritt. Dann lachen wir. Das ist das Glück, ein Happy End. Und gute Nacht. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020